Ich würde gerne erst mal auch über die Inhalte reden. Was bedeutet denn dieser politische Streit eigentlich für die Bürger und ihre Heizungen jetzt? Und kann es sein, dass die Grünen mit ihrer Klimapolitik an sich möglicherweise auf einem falschen Dampfer sitzen? Es gibt einen meiner Gäste, der sagt, ich bin der Anti-Grüne und der viel zu kritisieren hat. Er ist Wirtschaftsminister in Bayern von den Freien Wählern Hubert Aiwanger und mit ihm diskutiert. Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen in Bayern. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Aiwanger sagt, wir sind die Anti-Grünen. Frau Schulze, Sie haben über Hubert Aiwanger mal gesagt, das ist ein politischer Prolet. Bevor wir jetzt mit dem Streit loslegen, können Sie etwas sagen, was Sie an Frau Schulze schätzen und umgekehrt? Ja, sie tritt sehr überzeugt auf und hat auch Sympathiewerte. Also ich mag Sie menschlich, aber politisch sind wir eben vom anderen Ufer. Frau Schulze, was Nettes über Herrn Aiwanger? Ich finde es faszinierend, dass Hubert Aiwanger, wenn wir im Bayerischen Landtag debattieren, immer ohne Redemanuskript nach vorne geht und die Rede total frei hält. Das schafft auch nicht jeder im Bayerischen Landtag und das finde ich bewundernswert. Und ansonsten glaube ich, beim Spezi können wir uns gut unterhalten. Politisch sind wir doch ein bisschen weiter entfernt. So, dann gehen wir ins Detail und fragen nach diesem Gebäudeenergiegesetz, wie es heißt. Frau Schulze, das kommt nicht ins Parlament. Herr Habeck sagt, das ist ein Wortbruch. Ist diese Ampel Ihrer Meinung nach regierungsfähig noch? Ja, die Ampel ist regierungsfähig. Ich kann aber gleichzeitig ehrlich gesagt auch den Frust verstehen, weil ich persönlich da jetzt nicht nachvollziehen kann, was da die FDP reitet. Im Koalitionsvertrag war die Wärmewende fixiert, das Gebäudeenergiegesetz war im Koalitionsausschuss mit Stimmen von Christian Lindner geeint. Und die FDP... Und einer kleinen Randnotiz, dass er eigentlich nicht einverstanden ist, gell? Naja, und das hat dann die FDP gesagt, ach, wir müssen mehr diskutieren. Und wenn man mehr diskutieren will, dann ist doch das Parlament genau der richtige Ort. Und dass jetzt die FDP sozusagen die erste Lesung des Einbringen verhindert hat, widerspricht ja irgendwie ihrer These, dass sie weiter diskutieren wollen. Deswegen frage ich mir so ein bisschen, stelle ich mir schon die Frage, was da die FDP geritten hat. Und finde den Vorgang natürlich vor allem schlecht für die Bürgerinnen und Bürger, weil diese Unsicherheit ist ja da. Und wir brauchen einfach jetzt Klarheit, auch für die Handwerkerinnen und Handwerker und für die Bürgerinnen und Bürger. Und dass die FDP das jetzt gerade blockiert, nervt. So, das ist der grüne Standpunkt. Die Frage war, ob diese Ampel regierungsfähig ist. Wie sehen Sie das? Also bei diesem Punkt definitiv nein. Die haben sich total verstolpert. Die FDP hat scheinbar gar nicht mitbekommen, was im grünen Haus hier produziert worden ist. Zumindest tun sie jetzt so und wollen mit der Sache nichts mehr zu tun haben, weil sie eben auch zu Hause Prügel bekommen. Genauso die SPD, die bekommen jetzt auch mit, dass ihre Wähler die kleinen Leute mit dem kleinen Häuschen jetzt 100.000 Euro in die Sanierung investieren sollen. Also auch die SPD geht jetzt weg von den Grünen und sagt, was die da produziert haben, will ich nicht verantworten müssen. Und jetzt bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dieses Gebäudeenergiegesetz ist von Anfang an Murks gewesen. Ganz kurz bevor wir ins Detail gehen, weil ich habe schon gesehen, Sie schnacken. Ist der Mann an der Spitze des Wirtschaftsministeriums für Sie noch der richtige? Also die Rücktrittsforderung an Habeck, die ja offensichtlich dann von vielen Menschen hier im Lande geteilt wird, ist das etwas, was Sie fordern würden? Das muss das Kabinett wissen. Also ich will jetzt nicht Rücktritte von Ministern auf Bundesebene fordern, aber definitiv ist Herr Habeck hier wohl inhaltlich überrollt worden. Vielleicht auch aus dieser gleichen Agora-Ecke raus ideologisch ferngesteuert gewesen. Man hat ihm vielleicht auch Dinge untergeschoben, die er gar nicht gewusst hat, was das zu Ende alles bedeutet. Aber das entbindet ihn nicht von der Problematik, dass er als Minister dafür unterschreiben muss am Ende. Also er hat sich eventuell von falschen Leuten beraten lassen und hat sich selber nicht mehr überblickt, worum es überhaupt geht. Jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist. Er hat sich falsch beraten lassen und versteht nicht, was er gemacht hat. Oder er ist der falsche Mann im Amt. Frau Schulze, was wählen Sie? Robert Habeck ist der richtige Mann im Amt und er weiß ja genau, was in diesem Gesetz steht. Er hat es ja immerhin auch geschrieben. Übrigens auch nicht alleine, sondern mit Clara Geiwitz. Das ist ja ein gemeinsames Gesetz. Das ist die Bauministerin der SPD. Der SPD, genau. Und was mich jetzt gerade, Hubert, auch an deinem Redebeitrag wieder ein bisschen irritiert und auch gestört hat, ist das, dass du jetzt wieder davon angefangen hast, ja, 100.000 Euro muss in die Dämmung gesteckt werden. Und jetzt langt leicht damit. Nein, es gibt auch Wärmepumpen, da musst du erst mal nicht dämmen. Und genau das sind diese Probleme, glaube ich, die gerade auch diese ganze Verunsicherung herbeigeführt haben. Da schreit der eine Heizungsverbot. Nein, es ist kein Heizungsverbot. Da schreit der andere, oh mein Gott, alle Heizungen müssen rausgelissen werden. Nein, das auch nicht. Um was geht es in diesem Gesetz? Es geht darum, dass, wenn ich neu baue, dann eine Heizung einbaue, die aus 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben wird. Das ist technologieoffen, weil du kannst dein neues Haus ans Wärmenetz anschließen. Du kannst elektrische Wärmepuppe machen. Wenn die alte Heizung kaputt geht, musst du sie auch machen. Wenn die alte Heizung kaputt ist, dann kann man sie weiterhin reparieren. Und erst wenn, so steht es im Gesetz. Und wenn es eine Heizungshavarie ist, das bedeutet, man kann sie nicht mehr reparieren, dann macht es ja auch Sinn, eine neue Heizung einzubauen. Weil jetzt komme ich zu dem Kernpunkt, was dieses Gesetz hier ausmacht. Wir Grüne möchten nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende in einer Kostenfalle landen. Öl und Gas wird in Zukunft teurer, weil wir CO2 reduzieren müssen. Und darum macht es Sinn, jetzt in erneuerbare Energie zu investieren. Sie erlauben, dass wir eins nach dem anderen jetzt, weil das ist jetzt wirklich alles auf einmal. Wir können aber erst einmal grundsätzlich, wenn Sie mir das erlauben, bevor wir jetzt über die Kosten reden, über die Dämmung und über die Preise von Öl und Gas später, die grundsätzliche Frage, sind Sie denn, weil Sie das Gesetz eigentlich lieber stoppen würden, würden Sie denn den Leuten sagen, es wäre gut, ab nächstem Jahr auch noch neue Öl- und Gasheizungen einzubauen? Das ist leider die Realität. Ich habe heute mit einem Heizungsbauer gesprochen, der hat gesagt, so viele Ölheizungen wie momentan sind noch nie verkauft worden. Und Sie würden auch dafür sein, dass es weiterhin verkauft wird? Das ist ja die Frage. Nein, aber diese Leute sind ja unter Angst. Unter Angst kaufen die heute eine neue Ölheizung, weil sie meinen, ab 1. Januar, nächsten Jahr dürfen sie nicht mehr. Und warum sollen sie keine Ölheizung mehr kaufen? Weil wir natürlich am Ende auf erneuerbare Energien umstellen wollen, aber Schritt für Schritt. Und ich würde jetzt mehr Geld investieren in das Sanieren durch Zuschuss und nicht künstlich die Kosten hochtreiben, indem wir jetzt diese Endzeitstimmung produzieren. Ab 1. Januar ist die Welt eine ganz andere. Kaufen die Leute jetzt noch schneller Ölheizung, eine Gasheizung, anstatt dass wir in Ruhe die Dämmung mit den Bürgern gemeinsam nach vorne bringen, das Ding auch unterstützen und nicht jetzt die Kosten treiben. Durch diese Endzeitstimmung wird die Wärmepumpe um 10.000 Euro teurer, wird die Dämmung um tausende Euro teurer. Also wir produzieren volkswirtschaftlich vermeidbare Kosten. Diese Energiewende wird am Ende zig Milliarden mehr kosten, als wenn wir sie in Ruhe mit Augenmaß abwickeln. Zeitplan ist das für das Knie gebrochen, denn das ist ein wichtiges Argument. Und wenn man mit Heizungsbauern redet, dann können die das auch noch unterstützen. Ist dieses Gesetz einfach übers Knie gebrochen? Muss es einfach so schnell sein dann? Dir vorziehen auf 2024 ist ja in dem schrecklichen Momentum des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geschehen, dass man gesagt hat, wir müssen schneller weg von Öl und Gas. Und es wurde ja auch mit Handwerkerinnen und Handwerkern gesprochen und mit Menschen, Unternehmen, die diese Wärmepumpen produzieren, die gesagt haben, ja, wir schaffen das schon. Und da kommt nochmal der wichtige Punkt. Es bedeutet ja nicht, dass zum 01.01.2024 alle Heizungen in ganz Deutschland ausgetauscht werden müssen, sondern nur, wenn ab 01.01.2024 neu gebaut wird oder wenn die alte Heizung so kaputt ist, dass man sie nicht mehr reparieren kann. Und weil jetzt hier immer gesagt wurde, es wurde hier so eine Angst gemacht, dann möchte ich schon das auch nochmal kurz zurückgeben. Also natürlich, ich würde auch sagen, die Kommunikation hätte auch von der Ampelregierung ein bisschen besser sein können. Aber gleichzeitig, was dann auf der anderen Seite los war, dass irgendwie Heizungsverbot die Headline ständig war und den Leuten aus meiner Sicht auch richtig Angst gemacht wurde, war halt auch nicht sehr zielführend. Und das finde ich irgendwie ein blöder politischer Umgang miteinander, weil wir ja eigentlich alle gemeinsam vor einer riesen Herausforderung stehen. Wir wollen bis 2045 klimaneutral in Deutschland werden. Und da, glaube ich, würde ich lieber über gute Lösungen diskutieren, anstatt in der alten, fossilen Lobby festzuhalten. Okay, Sie bleiben also dabei. Sie bleiben dabei, es wäre richtig, nächstes Jahr mit dem Austausch anzufangen. Das ist ein Anfangsdatum und das Enddatum ist 45. Sie bleiben dabei, auch wenn Herr Aiwanger sagt, es ist alles teurer geworden und die Öl- und Gaseizungen boomen. Der Punkt mit der Wärmedämmung, das haben viele, Sie sagen, das kostet 100.000 Euro. Wie kommen Sie darauf? Das sind Sanierungskosten, die teilweise sogar noch deutlich überschritten werden. Eine Wärmepumpe kostet Hausnummer 20.000, 30.000 Euro. Eine Dachdämmung, eine Kellerdämmung, eine Außenhautdämmung, da sind Sie deutlich jenseits der 100.000 Euro, die Sie brauchen, damit die Wärmepumpe im Altbau überhaupt Sinn macht. Sie können natürlich eine Wärmepumpe einbauen und beim Fenster rausheizen, aber dann brauchen Sie dreimal so viele Heizkosten, wie wenn Sie das alte Haus mit Öl oder Gas heizen. Also müssen Sie das alte Haus massiv sanieren. Und mehr als die Hälfte unserer Häuser in Deutschland ist Altbaustandard. und das muss sich erst bezahlbar sanieren, dann macht die Wärmepumpe Sinn. Aber diese Sanierungskosten werden eben nötig, damit die Wärmepumpe überhaupt Sinn macht, weil er darf ja keine neue Öl- oder Gasheizung mehr einbauen, wenn die kaputt geht. Und insofern ist hier das hintere vor dem vorderen gemacht worden. Und damit die Wärmepumpe überhaupt irgendwo Sinn macht im Altbau, werden hier Kosten verursacht, die teilweise höher sind, als das ganze Haus noch wert ist. Das ist der Irrsinn. Müssen Sie Frau Schulze sagen, nicht mehr? Rechnen Sie, dass die Dämmung und die ganzen Sanierungskosten klein? Nein. Zu einer Wärmewende, was wir machen müssen, um den Klimaschutz einzuhalten, gehört natürlich auch Sanierung und Dämmung von Häusern. Und da, glaube ich, müssen wir, und das ist etwas, was ganz konkret auch die Länder machen können, z.B. in Energieberatungsagenturen stärker investieren, weil jedes Haus ja auch individuell zu betrachten ist. Da kann man dann mit den Eigentümerinnen und Eigentümern einen Fahrplan auch ausarbeiten. Jemand, der jetzt noch eine funktionierende Öl- und Gasheizung hat, kann die ja auch weiter betreiben. Nochmal, wichtige Botschaft. Niemand muss seine Öl- und Gasheizung jetzt austauschen, wenn sie nicht kaputt ist. Aber es wäre trotzdem sinnvoll, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt vielleicht gucken, wie ich mein Haus besser dämmen kann. Das war ja das Argument, das würde ich gerne trotzdem aufgreifen. Also falschrum aufgezäumt, erst dämmen, erst sanieren und dann im 2. Schritt mit der Heizung ankommen. Ich glaube, wir müssen die Dinge parallel machen, weil, und jetzt komme ich zu dem, wie ich finde, wirklich entscheidenden Grund, leider ist in den letzten Jahren auch unter der GroKo zu wenig im Bereich Klimaschutz gemacht. Und wenn wir jetzt einfach angucken, je weniger Zeit wir haben, desto schneller müssen wir die verschiedenen Maßnahmen gemeinsam stemmen. Und ich glaube einfach, je länger wir noch mehr Zeit verlieren, desto größer wird unsere gesamte Kraftanstrengung. Und darum, glaube ich, sind so Maßnahmen, wie jetzt das Gebäudeenergiegesetz, dass man sagt, wir unterstützen, wenn jemand neu baut oder die alte Heizung reparieren muss, auch finanziell, dass wir das Soziale mit dem Ökologischen zusammenbinden. Das ist entscheidend, dass niemand alleine gelassen wird. Und auch bei der Dämmung der Häuser gibt es Förderung. Und das ist gut so, weil das kann man niemandem alleine zumuten. Reicht Ihnen das nicht? Nein, es wurde ja schon der grandiose Fehler gemacht, dass Anfang letzten Jahres dieser KfW-55-Standard nicht mehr bezuschusst wurde, was zu einem massiven Stopp an neuem. Der KfW-55-Standard ist was. Das heißt, dass neue Häuser, die dann nur noch 55% von einem vergleichbaren, nicht so gut gedämmten Haus brauchen, die waren bis dorthin bezuschusst und sind jetzt staatlich vorgeschrieben quasi, ohne Zuschuss, was dazu führt, dass kaum mehr neue Häuser gebaut werden. Also ich würde jetzt dieses Geld, das wir jetzt unnötig im Nachhinein brauchen, um diesen Fehler zu korrigieren, in bessere Förderprogramme investieren, ohne politischen Druck und ohne Endzeitstimmung und sagen, jeder, der sein Haus jetzt saniert, auf einen besseren Standard bringt, um dann nachher weniger Heizstoff zu brauchen, der wird besser unterstützt. Und selbst wenn er dann... Ist das besser, als wenn ich ihm jetzt kosten ohne Ende ans Bein binde, ihn dabei ziemlich alleine lasse und am Ende mit Wärmepumpe heize, wo ja wieder der Strom für die Wärmepumpe aus Kohle und Erdgas erzeugt wird. Das ist ja nicht alles der erneuerbare Strom. Das ist ja nicht der erneuerbare Strom. Genau, und warum ist es nicht der erneuerbare Strom? Unter anderem, weil Bayern das Energiesorgenkind der Republik ist. Dann wäre es ja in allen anderen Bundesländern besser. Nein, das muss ich jetzt schon mal... Sorry, Sie müssen kurz erlauben, dass wir kurz über Bayern reden können. Hubert Aiwanger ist... Nee, ich bringe nicht die Windräder. Ich bringe dein Beispiel, wie du ganz vorne mit dran gegen die Stromleitungen vom Norden in den Süden gekämpft hast. Dein Ausdruck war immer Monstertrasse. Wahlkampf in Bayern 2008, muss man sagen. Und die Freien Wähler haben gesagt, wir wollen diese Stromleitungen nicht. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil im Norden viele erneuerbare Energien ja produziert werden und der Süden sehr energieintensiv ist. Und dann müssen wir ja, die müssen ja den Strom auch von Norden in den Süden leiten. Aber Hubert Aiwanger plus die CSU haben sich immer ganz vorne gegen diese Stromleitungen positioniert, haben den Windkraftausbau verschleppt, Wasserkraftwerke hat die CSU damals verscherbelt. Und das haben wir natürlich jetzt ein Problem. Wir müssen schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da sind wir bei dieser Kraftanstrengung. Wir müssen viele Dinge parallel machen. Und Sie sind Wirtschaftsminister in Bayern. Und ich habe gerade gesehen, Windkraftanlagen zwei in diesem ersten Quartal in Bayern. Nur Baden-Württemberg hat eine. Wie viel hat Nordrhein-Westfalen? 94. Genehmigungen, glaube ich. Aber wenn dieses Thema Windkraft die Probleme lösen würde, dann wäre diese Wärmepumpe ja nur in Bayern ein Problem. Und die Norddeutschen würden sagen, wir haben die Windräder, bei uns passt alles. Wir machen Wärmepumpenstrom aus Wind, passt. Da haben wir genauso die Probleme. Die bauen auch Gas- und Kohlekraftwerke, um den Strom für die Wärmepumpe zu erzeugen. Auch die Wärmepumpe in Norddeutschland läuft nicht mit Wind, wenn der Wind nicht geht. Auch die bauen neue Gaskraftwerke, nehmen Kohlekraftwerke ans Netz. Okay, aber da ist doch jetzt genau der Punkt, dass wir einfach zu langsam waren beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das wird jetzt auch dank Robert Habeck und dem Bundeswirtschaftsministerium beschleunigt. Und das muss eine gemeinsame Kraftanstrengung werden, dass wir den Ausbau von erneuerbaren Energien schneller hinbekommen, damit wir dann auch zum Beispiel grünen Wasserstoff erzeugen können, etc. Und das ist halt eben diese Gleichzeitigkeit. Und ich kann total verstehen, Aber nicht in sechs Monaten, sondern da brauchen wir ein paar Jahre für diese Ziele. Sie merken aber schon, dass Frau Schulze Sie ausreden lässt. Danke, Hubert. Sie duzen sich ja, also da wollen wir wieder zurückkommen. Genau. Was ich sagen wollte, wir müssen also den Ausbau der erneuerbaren Energien dringend beschleunigen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch an die Wärmewende ranmachen. Das ist jetzt einfach so. Weil in den letzten Jahren, ich will nicht dauernd zurückgucken und sagen, früher wurde zu wenig gemacht. Ja, Status Quo ist jetzt der, dass wir einen Zahn zulegen müssen. Und das muss sozial gerecht gemacht werden. Deswegen wollten ja auch die Grünen, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt endlich im Bundestag diskutiert wird. Unser Vorschlag ist ja, dass man bis zu 80 Prozent Förderung bekommt. Das können wir jetzt auch nicht diskutieren, weil die FDP das Stand jetzt nicht wollte. Aber ich setze jetzt mal drauf, dass diese Debatte bald kommt. Eine andere Frage ist nochmal die tatsächlich. Hat eigentlich mal jemand durchgerechnet, haben Sie durchgerechnet, Herr Alwanger, was es kostet, wenn man jetzt weiter mit Öl und Gas heizt bei steigenden CO2-Preisen, die ja deshalb auch steigen werden, weil das zunehmend eben im Emissionshandel so geregelt ist. Es wird teurer. Das heißt also, wissen Sie, ob jemand, der dann die Wärmepumpe hat, am Ende mit einer größeren Belastung finanziell ist, als jemand, der weiter in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren heizt mit Öl und Gas? Also zunächst mal ist es aktuell so, dass man die Kilowattstunde Wärme über Öl oder Gas für unter 10 Cent bekommt und beim Strom eben 30 Cent bezahlt. Jetzt. Und wenn das Haus nicht gut gedämmt ist, dann hat man damit die dreifachen Kosten, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Wo sind wir in 10 Jahren? Das weiß keiner. Das hängt auch davon ab, wie viel Prozent des Wärmepumpenstroms dann wirklich erneuerbar ist. Aber wenn wir so massiv mehr Strom brauchen in 10 Jahren wie heute, dann sage ich Ihnen voraus, dass wir auch in 10 Jahren noch Strom für die Wärmepumpe mit Kohle, Öl und Gas erzeugen werden. Und dann ist das eine Milchmädchenrechnung. Aber die Frage war ja tatsächlich für den privaten Haushalt. Wie viel teurer wird das in 10 Jahren, wenn er weiter mit Gas heizt? Wie gesagt, es kommt darauf an, ob man wirklich politisch durchhält, dieses Heizen so zu verteuern. Und dann kann man hundertmal sagen, ja, es wird ja mit 80 Prozent bezuschusst. Wer zahlt denn diese 80 Prozent? Auch nicht der liebe Gott, sondern der Steuerzahler. Also insofern produziert man volkswirtschaftlich Kosten ohne Ende. Man produziert volkswirtschaftlich Kosten ohne Ende und nachher will man es wieder bezuschussen. Nein, aber jetzt bringst du gerade die Sachen ziemlich durcheinander, ehrlich gesagt. Es gibt den europäischen Emissionshandel, der einfach nur mal, der CO2-Preis, der ist einfach sozusagen schon festgesetzt. Das bedeutet, es ist ganz klar absehbar, ein Marktanreiz, dass fossile Energieträger wie Kohle oder Öl oder Gas teurer werden, weil man dadurch Marktanreize probiert, sie sozusagen zu verteuern, dass die erneuerbaren Energien mehr sprießen. Das heißt, wer jetzt den Bürgerinnen und Bürgern sagt, baut weiter Öl- und Gasheizungen ein, lässt die sehenden Auges in eine Kostenfalle laufen. Und deswegen ist es doch nur klug, jetzt zu sagen, wenn du eine neue Heizung in dein neues Haus einbaust, bitte mach erneuerbar, weil es am Ende sich rechnen wird. Und weil sie wegen den Zahlen gefragt haben, da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen. Ich habe jetzt noch eine Zahl im Kopf, das ich gelesen hatte, ein Einfamilienhaus wird rund 23.000 Euro dann mehr kosten im Jahr wie eine Wärmepumpe. Kommt natürlich auch wieder aufs Haus an, wie ist das gedämmt, ist es mehrstöckig und so weiter und so fort. Aber was alle Expertinnen und Experten sagen ist, wenn der CO2-Preis einschlägt, dann wird eine Öl- und eine Gasheizung teurer wie eine Wärmepumpe. Andere Länder zeigen ja, wie Dänemark und Co., dass Wärmepumpen gut funktionieren und auch die Preise sozusagen senken. Wenn ich da ergänzen darf, aber die Ampel hat ja gesagt, sie wollen dann wohl den Heizstrom deckeln. Also man durchbricht dann wieder diese Systematik. Auch der Strompreis wäre ja dann betroffen, weil er Kohle, Öl und Gas benötigt und eben nicht lauter Windstrom ist. Aber dann sagt man politisch, aber da legen wir den Deckel drauf, dass dort nichts so wehtut. Also das ist dann eine Bevorzugung von Strom gegenüber den anderen fossilen Energieträgern. Ihr lügt euch in die eigene Tasche, wenn ihr den Leuten sagt, nur mit Windstrom wird die Wärmepumpe betrieben. Die wird auch mit fossilen Energieträgern betrieben. Wir bauen jetzt sogar 30 neue Gaskraftwerke, ist Ziel der Ampel, die dann in ferner Zukunft hoffentlich endlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Aber wir bauen jetzt 30 Gaskraftwerke, die mit fossilem Erdgas den Strom für die Wärmepumpe im Winter erzeugen sollen. Dann will ich bitte auch dort die volle Kostengerechtigkeit. Dann werden Sie sehen, wo Sie bei Ihren Strompreisen sind dort. Ich habe bei Ihnen, wenn ich einmal einhaken darf, Herr Aiwanger, ich weiß immer, also es gibt Sachen, die Sie sagen, die machen total Sinn und dann gibt es Sachen, die Sie sagen, wo ich nicht weiß, ob das sozusagen dann schon Kabarett ist. Sie haben einmal gesagt zum Beispiel, dass bei mal beim Strom bleibt, also wenn jetzt alle die Wärmepumpe einbauen, dann werden wir irgendwann zu wenig Strom haben, um die alle dann zu versorgen. Und dann haben Sie gesagt, dann wird Folgendes passieren. In Berlin werden die dann die Wärmepumpen, weil es ja geht, runterregeln in den Häusern. Das heißt, die werden in Berlin bestimmen, wie warm es bei mir zu Hause sein darf, weil dann der Strom nicht mehr für alle reicht. Meinen Sie das ernst? Natürlich, und die Pläne sind ja da. Das wird ja ganz offen diskutiert, dass man mit Fernablesung sieht, wie warm es in der Heizung ist und dass die Stromversorger deinen Pufferspeicher nutzen sollen, was ja zunächst mal begrüßenswert ist, dass sich Überschussstrom dann nutzt, um den Pufferspeicher des Wärmepumpenbesitzers hochzutreiben und dort zu sagen, jetzt haben wir zu viel Strom. Also Sie glauben, wird jemand in Berlin sitzen und Ihre Heizung dann zentral runterregeln, weil er glaubt, er muss jetzt weniger Strom? Am Ende wird es der Verteilnetzbetreiber tun im Auftrag des Bundes. Es ist ja jetzt das Gesetz, dass hier der Verteilnetzbetreiber am Ende abregeln muss oder soll, ohne den Bürger zu fragen. Bisher gibt es das ja nur, wenn er vorhin einen Vertrag zugesichert hat, du darfst mir den Strom abdrehen, dafür kriege ich aber einen günstigeren Tarif. Und jetzt dürfen dann die Verteilnetzbetreiber deinen Strom zurückdrehen und sagen, der kriegt jetzt rationiert Strom, weil er sonst im Netz nicht reicht. Also wenn ich sowas höre... Das ist die Realität. Lieber Hubert, wenn ich sowas höre, kann ich verstehen, dass Menschen verunsichert sind. Und ich glaube, es ist Aufgabe auch von dir als Vizeministerpräsident und als Wirtschaftsminister des Freistaates Bayern an Lösungen zu arbeiten. Und eine Lösung, die du zum Beispiel machen kannst, ist, dass du den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigst. Dass du dafür sorgst, dass die Netze schneller gebaut werden, dass wir, da wir ja auch in einem europäischen Stromnetz sind und uns gegenseitig aushelfen, ist ja nicht so, dass dann auf einmal wir keinen Strom mehr bekommen. Wir unterstützen ja zum Beispiel auch Frankreich, wo die ihre AKWs abschalten müssen. Da haben wir mehr rüber geschoben. Ich meine, das ist ein komplexes Gebilde, der Strommarkt. Und wir haben ja dankenswerterweise im letzten Winter gesehen, dass wir diese Energieversorgung und Sicherheit bereitstellen konnten. Hat die Ampel-Bundesregierung geschafft. Und deswegen habe ich ein sehr großes Vertrauen, dass das auch in Zukunft so wird. Aber jeder muss jetzt seinen Teil dazu beitragen. Das bedeutet, jedes Bundesland muss jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Ich stehe es nicht. Weil das ist, nein, das tust du nicht in dem Umfang, wie ich das gerne hätte. Das muss ich ganz klar sagen. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist nicht. Das muss ich jetzt auch noch mal fragen. Also so freundlich, wie Sie miteinander umgehen. Warum sagen Sie, wir sind die Anti-Grünen? Also das ist ja nicht nur eine Kritik an den Heizungsplänen, an den Klimaplänen der Grünen, sondern das ist ja grundsätzlich. Was stört Sie an dem Lebensgefühl oder an dem, wofür die Grünen stehen? Weil das eine Ideologie ist, die die Dinge nicht zu Ende denkt, die eigentumsfeindlich ist. Das sieht man jetzt wieder bei der ganzen Heizungsdebatte. Das sieht man bei diesen hohen Erbschaftssteuern, die die Leute zu bezahlen haben. Das sieht man über die Übergriffigkeit in die Landwirtschaft hinein, wo der Wolf mehr wert ist wie die Weiderinder draußen usw. Also die Grünen sind in vielen Dingen leider Gottes selbstgerecht, teilweise sehr großstädtisch geprägt, der Landbevölkerung zu sagen, was sie tun darf und was sie nimmer tun soll. Sollen kein Brennholz mehr heizen, sollen den Wolf toll finden und aus der Stadt raus findet man das alles toll. Und wenn man dann mit der eigenen Thematik konfrontiert wird, dann gibt es wieder irgendwelche Ausnahmen. Und das stört mich an den Grünen, dass das eine gewisse Selbstgerechtigkeit ist. Frau Schulze, man muss ja feststellen, die Grünen waren gefühlt schon auf dem Weg zur Volkspartei und sind jetzt quasi wieder da, wo sie schon mal waren. Also das ist die spaßbefreite Verbotspartei. Hat Herr Aiwanger da einen Punkt? Es sind einfach zu viele Themen, die auf einmal den Menschen viel abverlangen. Ich musste deswegen lachen, weil das Hubert Aiwangers ständige Schallplatte ist, wenn er über uns Grüne redet. Bei mir ist es inhaltlich begründet, bei dir halt nicht. Das ist der Unterschied. Siehst du das? Überheblich. Wie was sie weiß, wie die Welt geht. Frau Schulze, das Wort. Auf Ihre Frage. Wir haben einfach gerade große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich glaube, der Wettstreit der besten Ideen ist immer sinnvoll. Und wir bringen unsere Ideen dann dazu ein und dann werden sie diskutiert. Und dann finden manche wie Hubert Aiwanger sie nicht so passen. Und es gibt viele, die sie sozusagen sinnvoll finden. Die einzige Sache, wogegen ich mich immer verwehre, ist, wenn man halt nicht bei den Fakten bleibt. Und das ist schon so eine Sache, die ich in letzter Zeit empfinde, dass wir ein bisschen in eine politische Diskussion abdriften, wo, ich sage immer, so ein bisschen Wahrheit gedehnt wird. Also, das warst jetzt nicht du, sondern der Ministerpräsident, der dann irgendwie davon gesprochen hat, 300.000 Euro kostet irgendwie der Umbau der Heizung bei der Wärmepumpe. Er konnte bis heute diese Zahl nicht verifizieren. Oder es werden so Dinge zusammengeworfen, wie du jetzt auch gemacht hast. Und uns wäre der Wolf wichtiger wie die Weidetiere. Nein, das stimmt so halt einfach nicht. Es ist nicht unsere Politik. Es ist nicht unsere Position. Und das finde ich immer einfach schwierig, weil ich finde, wir sollten anhand der inhaltlichen Themen diskutieren. Dann können Bürgerinnen und Bürger das auch bewerten. aber immer diese Zuschreibungen, die oft dann auch gar nicht stimmen, die machen es ein bisschen mühsam. Aber ich nehme es sportlich. Würden Sie meiner Einladung nochmal folgen? Es gibt ja einen ganz großen Bereich, den wir heute nicht unterbringen, weil die Heizungsgesetzgebung einfach so vordringlich ist, über kulturelle Unterschiede mal zu reden, zu einem anderen Zeitpunkt. Kommen Sie wieder? Machen wir gerne. Und ganz kurz zum Schluss. Glauben Sie, dieses Heizungsgesetz kommt jetzt noch vor der Sommerpause? Ich würde es mir wünschen. Ich weiß, dass Sie in Berlin wild verhandeln. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt sich auch mal klar positioniert. Von der war bisher merklich still bei dem Thema. Glauben Sie, es kommt noch? Nein. Ich glaube nicht. Und über den Winitu reden wir beim nächsten Mal. Vielen Dank, Robert Albeiner. Vielen Dank, Katharina Kohlse, für die Debatte am heutigen Tag. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.